Endlich ist es soweit, ab sofort stehen die Sims auch bei Steam bereit, mehr dazu in diesem Video. Ab sofort ist die Sims 4 nicht nur auf Origin, sondern auch auf der Spieleplattform Steam erhältlich. Alle neuen Erweiterungen, 8 Gameplay-Packs und 16 Accessoire-Packs lassen sich hier finden, benötigen aber weiterhin einen funktionierenden Origin-Account, damit man das Spiel starten kann. Vermutlich ist Steam auch nur für die Spieler und Neueinsteiger gedacht, die die Sims bisher noch nicht auf Origin haben. Wenn ihr das Basisspiel bei Steam besitzt, könnt ihr aber auch alle DLCs, die ihr bei Origin gekauft habt, nutzen. Eigentlich macht es aber keinen Sinn zu wechseln, wenn ihr bereits alle Packs bei Origin habt, solltet ihr auch auf dieser Plattform bleiben. Viele Packs sind bei Steam derzeit stark reduziert, Erweiterungen um 50%, Gameplay-Packs um 30% und Accessoire-Packs um 20%. Wenn ihr aber weiterhin bei Origin bleibt und ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei, welche alle Sims 4-Packs teilweise noch günstiger anbieten, Linke in der Beschreibung. Findet ihr es gut, dass die Sims jetzt auch auf Steam vertreten sind? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.